Mehrmals am Tag unterbricht der Journalist Christophorus Casaglis seine Arbeit, um nachzusehen, ob neue Texte aufgelaufen sind. Er gibt ihnen einen Titel, setzt die Tags und schaltet sie frei. Tagebuch eines Arbeitslosen heißt die Internetplattform. Christophorus Casaglis hat sie ins Leben gerufen. Mir ist aufgefallen, dass Arbeitslose im öffentlichen Dialog nur als Zahlen auftauchen. Niemand spricht über die Menschen hinter diesen Zahlen. Und die Arbeitslosen selbst sind gefangen in Gefühlen von Schuld und Scham. Dieses Tabu wollte ich durchbrechen. So macht Casaglis zum Beispiel darauf aufmerksam, dass im Griechenland der Krise auch Arbeitslose ohne jede Art von Einkommen pauschal besteuert werden. Zum Grunde gelegt wird das sogenannte Minimum zum Lebensunterhalt. Im besten Fall wird damit schwarz hinzuverdientes Geld besteuert. In der Regel dürfte es sich aber um Finanzspritzen von Verwandten handeln, mit denen sich die Arbeitslosen durchs Leben hangeln. Einkommen, die somit zum zweiten Mal besteuert werden. Mit dieser Internetplattform hat Casaglis offenbar den Nerv der Zeit getroffen. Keine halbe Stunde, nachdem sie online gegangen war, lief die erste Geschichte auf. Bürohilfe mit Computerkenntnissen gesucht. Arbeitszeit täglich 10 bis 14 Uhr. Monatslohn 150 Euro. Lächerlich. Aber nach drei Jahren ohne Arbeit habe ich wie selbstverständlich auf diese Anzeige geantwortet. Beim Bewerbungsgespräch waren weitere 40 Interessentinnen da. Alle hatten die nötigen Qualifikationen. Manche hatten Empfehlungsschreiben. Andere die Siegesgewissheit, die nur Vitamin A verleiht. Alles umsonst. Der Job ist innerhalb weniger Minuten an diejenige gegangen, die bereit war, anstatt für 150 für nur 110 Euro im Monat zu arbeiten. Voila. Der Arbeitsmarkt der Zukunft. In Griechenland gibt es keine Grundsicherung. Wenn das Arbeitslosengeld nach zwölf Monaten ausläuft, droht dem Betroffenen der Absturz. Es gibt keine Hilfe für den Lebensunterhalt und keine Sozialversicherung. Die hängt nämlich am Arbeitsplatz. Arbeitslosigkeit ist in Griechenland ein existenzielles Problem. Wer sich durch die Internetplattform klickt, erfährt, was das bedeuten kann. Da ist zum Beispiel die Geschichte der 41-jährigen Mutter, die die Küche durchkämmt, auf der Suche nach etwas, das sie der Familie auftischen könnte. Sie findet einen Rest Margarine und Puderzucker. Daraus ließe sich ein Brotaufstrich bereiten, doch auch für Brot fehlt das Geld. All ihr Geld zusammengekratzt kommt die Familie auf 70 Cent. Oder die Geschichte eines 43-Jährigen, der in den Lebensläufen, die er rausschickt, seine Qualifikationen verschweigt, weil er fürchtet, sie könnten ihm zum Nachteil gereichen. Dann sind da die Selbstzweifel von Menschen, die sich in Bewerbungsgesprächen auf jede Bedingung des Arbeitgebers einlassen. Und der 58-Jährige Vagelis bilanziert. Seit drei Jahren habe ich nicht das geringste Einkommen. Körperlich überlebe ich dank der Solidarität meiner Umwelt. Und wenn ich immer noch nicht durchgedreht bin, dann ist das einem befreundeten Psychologen zu verdanken. Er behandelt mich umsonst, versteht sich. Sonst würde ich das Gras schon lange von unten wachsen sehen. Wer die Ereignisse der letzten Jahre in Griechenland mitverfolgt hat, kennt diese Fakten. Doch in Interviews halten sich die Menschen meist aus Stolz bedeckt. Das Tagebuch eines Arbeitslosen hingegen erlaubt einen unverstellten Einblick in ihr Seelenleben. Für den Leser sind diese Geschichten ein Schlag in die Magengrube. Das sind Menschen, die mit ihrer Familie ohne Strom und fließend Wasser leben. Manche posten aus dem Ausland und berichten, wie sie auch dort ausgenutzt werden. Menschen, die keinen Arbeitsplatz mehr ablehnen können, sind leichte Opfer überall auf der Welt. Und dann ist da der 45-Jährige aus dem nordgriechischen Thessaloniki, der auf rund 2000 Bewerbungen genau fünf Einladungen zu einem Vorstellungsgespräch erhalten hat und der nun in einer ungeheizten, 14 Grad kalten Wohnung sitzt. Ich bin seit vier Jahren ohne Arbeit. Mein einziges Einkommen seither 40 Tage Löhne für Schwarzarbeit. Ich bin 45 Jahre alt und angeblich nicht mehr vermittelbar. Ich habe alles verloren, auch meine Würde. Sieht jemand eine andere Lösung, als all dem ein Ende zu setzen? Euch wünsche ich weiter Kraft. Ich habe keine mehr. Ich will keine mehr haben. Was erstaunt sind die Eloquenz und die Scharfsicht der Postenden. Schon das zeigt, welches Potenzial der griechischen Gesellschaft hier verloren geht. Die Qualität der Texte hat immerhin den renommierten Literaturverlag Castagnotes überzeugt, 100 dieser Tagebucheinträge in einem Buch zu veröffentlichen.